Servus, heute gehen wir gemeinsam ins Blink-Bundsportstudio. Zwei Stunden vor der Sendung beginnt die Maske. Manche brauchen nur einen Visagisten, ich brauche einen Stuckateur. Gut. Du sollst widersprechen. Fangen wir mal an, wie ist Weltcup-Siegerin? Und hier drin treffe ich mich mit den Studiogästen zum Vorgespräch und hier steht immer die aktuelle Zahl, heute sind drei Studiogäste da. Vorwarnung, Applaus und Katschwo. Ein schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Blink-Bundsport. Und das war ein Blickpunkt Sport Sonntag im Zeitraffer. Zwei Stunden vor der Sendung geht das ganze los in der Maske. Und so sieht es zwei Stunden nach der Sendung aus. Und für mich geht es jetzt noch zwei Stunden weiter, weil ich muss jetzt hier noch zusammenfegen, muss die Stühle aufräumen und alles für morgen wieder fertig machen.